Hallo und herzlich willkommen zu Shaman King Master of the Spirits Teil 2 Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben Hoffentlich Ja wir sind hier stehen geblieben Mami Ah Ja genau Jo Sowas kann dir nur passieren Ok gehen wir halt drunter Ich hasse Skelette Ich hasse Skelette Ich hasse Skelette Die rot leuchtet bremdisch Das würde ich haben Dankeschön Lava ist heiß Das frissen bestimmt schon jeder Ja Ja in der Weibo hat das Spiel schon längst fertig Aber ich noch nicht Weil ich Probleme hatte Er mein Schatz hatte Probleme mit Laptop äh mit seinem PC Und deswegen musste er meinen Und dafür Dafür habe ich jetzt eine Millionen Jahre Pause gebracht Oh mein Gott So viele Jahre Ein Scherz Nicht wirklich viele aber Shit Nee Ist ja fast gar am Leben mehr Shit Stetig Man hier Wackel 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 Hühnchen gibt Genau Ich bringe das Hühnchen und in die Bleibe rein Genau Das macht so Spaß Nicht Und da sind auch noch Steine Hühnchen Euch kennt man ja aus dem ersten Teil noch Hühn Und Ich bin so eine Juden greifen jetzt schon mal Mann Ich will nicht mehr Ich will nicht mehr Let's playen Aber ich Muss halt Für euch Genau Ich gehe da nicht entlang Oder muss ich Ja muss ich auch Sehe ich seht mal hier Hm Hm Äh 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 Nochmals Entschuldigung Shop Oh wir haben noch was zu essen Hä Äh Was ist mit drunter gehen Wir sind Wir sind So Wow Schön Was ist denn das für ein Kack Ok wir haben was zu essen Ja Kennen wir schon Grrrr Ja Torey Der Popo Punch Der Popo Punch Der Popo Punch Nein nicht der Popo Punch Das kennen wir noch vom ersten Teil und das kenn ich noch gar nicht Leute der ist gemeingefällig Ich verliere doch schon gegen Leute ich hasse die Ach nehmen wir mal das Ich nehme jetzt einfach alles mal Ich nehme jetzt einfach alles mal Das war glaube ich auch eine schlechte Idee alles zu Ja mein Gott Leute ich kann nicht mehr so viel reden Ich muss mich konzentrieren Spiele zu spielen ist nicht leicht Vielleicht kommt auch bald Minecraft Let's Play Ein Singleplayer Let's Play Ja und unser Server Das kommt auch bald wieder Yay Bruder Geht es dir gut Hororo Schaffst du es alleine zurück nach Adobe Village Ich ähm ja das krieg ich schon hin Also gut dann ich werde Sigi folgen Warte mal man ich weiß ja nicht welche verrückten Geschichten auf dich warten aber vielleicht solltest du Kororo mitnehmen Oh Oh jetzt können wir die Feuerstellen rüber springen Yay Kororo kann Feuer gefrieren lassen das ist ziemlich nett Viel Glück jo Ich wusste nicht welche Stellen ich für ihn geben sollte und ich kenne Äh 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 Da hoch müssen wir nicht oder Weiß ich nicht Oh scheiße ich habe vergessen Äh Wie logisch Oh Ein Blitz Eine Zubat von Pokémon Hehehehe Lustig Oh ein Geist Wemmel Ich bin so doof und habe es wirklich noch getan Ich habe Ich habe Wie heißt der Kororo Brot Ich habe das ganze Essen verschwendet obwohl der so leicht war Äh Äh Ich weiß nicht wo ich schon lang muss Das Let's Play ist für mich doch klein Klein Let's Play sind so doof Ich brauche doch Kororo dann gehts doch schneller und besser Ich hasse Steine Die Genau Fliegt noch tausend Meter runter Yo Asakura Dass ich wieder alles von neu machen muss Das Spiel ist sowas von super Leute Mein Gott ich bin so begeistert Ich kann mich nicht mehr festhalten Wenn ich jetzt sterbe bin ich tot Ja ich bin gleich tot Bin ich eigentlich draußen Ja genau Und jetzt Ja die Stelle kennen wir schon Entschuldigung Leute aber ich bin hier nicht gerade so in Stimmung Und trotzdem spiele ich Schämenke Okay Hier rein zu gehen ist noch Fail Deswegen müssen wir hier hin Und ich bin so doof und vergessen Ich bin ja voll Man sollte keine Let's Plays machen wenn man nicht in guter Stimmung ist Dann gehts scheiße mit Let's Plays Dann gehts nur weiter runter mit Let's Plays Boah ich hab noch 7, 8, 9 Slots Hm coole Erfindung jetzt von den mehr Slots zu machen Remy Erkennen wir aber schon Ich will das jetzt noch schnell fertig machen und dann hör ich auf mit diesem Part Ich würde aber nicht aufhören mit Let's Plays Ich würde aber nicht aufhören mit Let's Plays Ihr werdet mich nicht mehr los mua Ich spiele Ich mache nur Let's Plays zum Fun Noch nicht dass ich 1000 Abonnenten habe Ich will so spielen wie ich will Ich spiele Nicht Abo geil oder Geld geil zu sein Ihr seht ich bin kein Partner von Youtube Also ich bin nicht Geld geil oder Abo geil Ich spiele nur zum Spaß Um euch zu zeigen Hier das müsst ihr so machen Und das müsst ihr dann so machen Ja ab und zu mal mache ich irgendwas Aber Was ihr sehen könnt Hier müsst ihr entlang um den Boss zu packen Und so weiter und so weiter Ich verstehe echt nicht wieso manche Leute nur hier sind Let's Plays machen oder Videos machen Um nur hier zu kriegen Oh ich will diesen Ich will hier diesen Abonnenten oder den da Und mir scheißegal Ich mache keine Werbung für mich Ich Mache Keine Werbung Und jetzt falle ich wieder einmal da runter Ich hasse Und ich habe nichts zum Essen gekauft Ich bin so ein Noob Endlich Nein ich höre noch nicht auf mit dem Part Aber warum müssen wir eigentlich hin Das verstehe ich nicht Ich wollte in den Shop Kaufen Wieviel haben wir denn? Ah so schön Viel Hm Ein Set können wir uns kaufen Aber Null Sets lassen sich heute Oh lol Dann kaufen wir uns eine Null Suppe Und zwei Hamburger Und Und Danke Und So Danke Es haben wir ja schön was zu essen Ja ich bin so spannender Let's Plays Ach Ach Wasserpaarze sind nicht Frodo Win Ich gehe unten entlang Ja ich habe die Speed Taster Oh mein Gott ich bin voll der Noob Ich benutze die Speed Taster Es mag mich keiner mehr Aber Ich hasse Ich hasse Fisch Andere mögen Fisch aber ich hasse es Oh mein Gott da ist Luft endlich Eine Luftflasche Ich mache noch ein paar Shaman King Dann kommt ein paar Nicht die Halo Pop Ich mache dann noch ein paar Shaman King Dann kommt ein paar Pflanzen gegen Zombies Oh mein Gott muss ich doch nicht runter Und dann kommt noch ein Zwei Parts Phoenix Wright Ace Attorney Und he just needs the fuel Fuel Genau Hm Wo bin wir denn jetzt hier gelandet Sorry ich rauche nichts Lustig Alter der macht mich hier Der macht mich total fertig Haha Dass er mich nicht erwischt Oh nein Genau Ja der ist tot aber der andere auch nicht Das wird nicht gleich Ich werde ihn bestimmt nicht packen Die Ach geschafft Leute Ich muss ihn schieben Da 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 Kommt da noch was Außer der Magier mit schwarzem Bleck Haha Ne das war was anderes Hmhm Schaut meine Skills an, oh mein Gott, ich bin so ein Vollhunk, dass ich noch ein paar Charmin King machen muss. Ja, let's play, let's playen ist nicht leicht. Für manchen ist es vielleicht für mich. Wie du vor dem ersten Teil noch. Hm, Erdbeeren, wie lange die wohl da drin sind. Oh, da ist mein rechter Handstandal, yeah, jetzt können wir mehr machen. Warum verliert Jo seine Klamotten hier? Hm, echt mysteriös. Sind wir eigentlich draußen, sind wir endlich draußen, sind wir endlich draußen. Obwohl ich kein Partner von YouTube bin, kann ich trotzdem so viele Videos, äh, so viele Minuten aufnehmen, wie ich will. Das ist irgendwie verrückt. Aber wir sehen uns im nächsten Part, also bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.